So und diesmal haben wir hier aus dem Dresdner Tierheim sechs kastrierte Kater. Die kommen alle aus einer Übernahme von jemandem, der sich einfach nicht mehr kümmern konnte, der zu viele Tiere hatte. Und die sind nicht zahm. Wie man sieht, man sieht nichts, beziehungsweise man sieht sie von hinten. Das sind wirklich sechs Jungs, die Zeit brauchen, die nicht in Wohnungshaltung vermittelt werden, sondern die brauchen einen Hof, ein Grundstück. Wir suchen Leute, die einfach einen Kater haben wollen, der Mäuse fängt, der sich vielleicht am Anfang nur von Weitem zeigt. Irgendwann kommen die dann schon ran. Also Menschen, die Zeit und Verständnis aufbringen für die Jungs. Allesamt kastriert im Alter zwischen ein und vier Jahre. Vier Graue, eine Schwarze und einen Schwarz-Weißer suchen eine Familie. Also Menschen, die sich ein bisschen Zeit nehmen und die nicht unbedingt gleich kuscheln wollen. Weil das wollen die Jungs nicht.